Ja, hi. Robert hier. Ja, gerade zu Ende gegangen hier in Hengelow, FBK Games. Das Ergebnis ist natürlich unglaublich. Pjorty Malakowski 71,84 im fünften Versuch. Mein Konter belief sich auf lediglich 69,91. Somit ist dieser ganze Winning Strike und undefeated und alles ungeschlagen Thema nackenswerterweise auch vorbei. Ja, ich bin auch ein bisschen froh darüber. Ich gönne natürlich Pjorty dieses Riesending. Bin natürlich selber traurig, wirklich traurig, die Bedingungen nicht haben nutzen zu können. Und ja, man muss sagen, dieses Jahr läuft eigentlich von den Bedingungen her. Der Wettkämpf war alles super. Man muss jetzt nur noch nutzen. Ich habe gerade noch ein paar andere interessante Sachen gehört, sodass ich nächstes Jahr vielleicht ein bisschen was anderes machen werde. Ich bin auf jeden Fall wieder motiviert, richtig weit zu werfen. Die nächsten Tage werden aber, denke ich mal, ein bisschen schwer. Und ja, wir müssen sehen, es geht jetzt weiter. Pjorty ist jetzt natürlich haushoher Favorit für die WM in Moskau. Und jetzt hätten wir wieder das alte Duell. Und ich werde alles tun, um ihn wegzuhauen. Das heißt also, immer weiter reingucken. Ciao.